Und damit herzlich willkommen zurück zu The Division 2 hier bei Explorer IP. Ich schon erst eingeschaltet hast. Nach der letzten Folge sind die Server neu gestartet, glaube ich. Ich habe mich zumindest aus dem Spiel ausgeloggt und er hat uns dann, nachdem wir die Theatermission gemacht haben, wurde wir automatisch hier hingeportet. Finde ich sehr nett. Und wir haben Projekte. So, ausrüsten. Braucht Schutzpanzer einen sicheren Ort. Stahl spenden, Brustpanzer spenden, feindliche Aktivitäten neu. Wir können doch nichts spenden. Wir brauchen ein Spezielles Team von den Ingenieuren, die rund um die Uhr arbeiten. Polycarbonat, null von... Können wir denn jetzt spenden? Ja, bitte. Wenn, ja, das wird gespendet. Es fehlen nur Handschuhe und eine öffentliche Hinrichtung. Äh... Und wir können Stahl spenden. Bestätigen. So. Brustpanzer können wir spenden. Und... Eindliche Aktivitäten neutralisieren. Gut. Dann, äh... Ja, danke, Spiel. Kommen wir hier wieder raus. Verstanden. So. Gut. Äh... Ich hab es. Oder ich beschaffe es für Sie. Okay. Wir können... Wir müssen noch das Seil hier aktivieren. Das haben wir ja am letzten Mal vergessen, wo wir hier waren. So. Wir müssen hier das Seil zum Abseilen anbringen. Und abseilen. Reicht hier das Spiel? Müssen wir noch ein Seil hier anbringen? Was ist das? Wir müssen mal gucken. Irgendwo müsste dann hier noch ein Seil sein, wenn ich das richtig verstehe. Oder... Äh... Spin... Spinnt ein bisschen rum. So, wir können Inaya rekrutieren. Die wird dann in unsere Basis, äh... Gehen und, äh... Nein, nicht, wenn ich das so verstanden hab. Aus der Beta noch. Hallo, ich bin Inaya. Ich helfe Ihnen in der Operationsbasis bei der Herstellung von Ausrüstung. Schön, Sie kennenzulernen. Ja. Danke. So, was willst du? Noch mehr leere Batterien. Scheiße. Wenn unsere Funkgeräte ausfallen, haben wir echte Probleme. Aha. Okay. Berichten zufolge befinden sich Hyenas in Odiabüros. Vielleicht wissen Sie etwas, das wir nicht wissen. Und es gibt dort noch nützliche Technik. Wir sollten mal nachsehen. Dann sehen wir nach. Gerne. Gut, das sind jetzt die Dinge, die wir ausbauen müssen für die... Ava, sehen Sie sich das an? Wir haben jetzt endlich den Grill, der funktioniert. Und wer besser isst, hat auch automatisch bald schon bessere Laune. Wenn das Theater weiter wächst, werden wir neue Nahrungskräfte. So, dann wollen wir mit Odessa reden. Es ist schlimmer denn je, Odessa. Wir kommen gerade so über die Runden. Und was soll ich dagegen tun? Hilf uns! Ich helf euch doch! Ich helf euch doch! Nur nicht so, wie du es gern hättest. Wir brauchen dich da draußen. Dein Bein ist kein Hindernis. Darum geht es nicht. Das ist mir schon klar. Aber wenn wir scheitern... Okay! Okay! Okay. 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 Ein paar Leute können wir bestimmt entbehren. Ich warte draußen. Sie sagt, Sie hätten geholfen. Das vergesse ich Ihnen nicht. So, die GPS-Linie führt Sie zu Ihrem aktiven Zielort. Ja, verstanden. Sie können... Ja. Okay, danke. Okay. Äh, angenommen der Rückruf, wir können noch eine Hand zu erhalten. Verstanden, verstanden. Okay. So. Ähm. Was? Weiter. 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 So. Tutorial-Ben. Oha. So. Arbeit haben wir genug. Kontroll-Pro-Hyäners. Wollen wir da hin? Und wollen wir denen direkt helfen? Freie Einsätze. Ja, dann fängt das Spiel jetzt mal so richtig an. Aber ich frage mich, wo das letzte Seil sein soll. Hier nicht. Mehrere Seilzeilen. Hier noch irgendwo ein Seil. Ich weiß nicht. Vielleicht schalten wir das auch erst später frei. Keine Ahnung. Wir wollen erst mal Lausch helfen. Dann haben wir die erste gute Tat vollbracht. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, finde ich auch. So. Freunde. Okay, wir müssen geradeaus. Vorne links. Dann grasen wir wieder wie in der Beta Punkt für Punkt ab. Was? Bleib mal stehen. Habe ich irgendwas verpasst oder warum machen wir keinen Schaden? Hm. Das hier unten... Da waren wir noch gar nicht. Oder doch? Was ist das für eine Wumme? Das ist doch die Schrotz. Ne. Oh Gott. Ja, die... Wie in den letzten Folgen. So oft schon erwähnt holen wir das erst, wenn wir Tier 5 erreicht haben. Also Weltrang 5. Ja, nisch. Komm mal nisch runter. Ja. Super wichtig. Wo sind wir hier? Super wichtig. So. So. Eine Pfahl. Okay. Oh, die MK 17. Nein. An. Aber wir können die Pfahl jetzt mal anlegen. Auch wenn die wahrscheinlich schlechter ist. Das war besser als die Wumme, die wir gerade hatten. Warte. Ja. Gelootet? Ja. Da nicht. Wollen wir jetzt mal nicht gucken. Ja doch. Oder nicht. Oder wie? Nein. Oh. da soll man hin da kommen wir jetzt so nicht hin ich bin auf den kreis dann hier zurück ja da sind wir gerade auf dem weg kollege das wollen wir gerade managen ich entsinne mich war schon ein bisschen knackig hier wir sind ja damals von vornherein oder Ich konnte dich hüten! Ich mach dich fern! Jemand hat uns das Zeug an! Ich mach dich fern! Was ist das denn? Was ist jetzt schon? Die Feuer gefällt mir! Oua! Oh, hier geht's! Wir müssen das ja pushen! Wird er wollen, Halo! Der ist aber auch ganz schnell, Halo! Nein! Ich bin nicht verstorben, ich bin gleich wieder da. Okay. Agent verstorben. Hätte nach vorne pushen müssen. So. Agent, ich bin hier drüben. Und dann gehst du hier hin und dann sagen sie uns. So, Digi, komm. Bein in die Hand und ab. Lauf, Forest, lauf. Wo war denn das jetzt? Da war's. Da da. Darum. Lirum, Larum, Darum. Die spawnen auch aber ein Gegner, ne? Und wir haben da auch schon Gegner. Sie sollten den Bereich sichern und dann nach Überlebenden suchen, die hier gewohnt haben. Weil hier gab's einen Schlüssel und da waren wir damals in dem Lagerraum. Da war aber Loot. Ich weiß definitiv, da war's. Aber egal. Egal. Was ist für unser Level überhaupt? Verlaub mir da gerade. Ist nicht für uns, wir sind falsch. Da mussten wir hin. Okay. Puck. Bei Totenkopf, die sind Level 25. Ich glaube, die sind noch ein bisschen zu hoch für uns. Mutmaße mal. Und nein, ich erschieße keine Rehe, keine Hunde, keine Katzen, Ratten, ja. Was? Okay. Haben wir jetzt alle nicht gehört. Ups. Dann müssen wir mal das ganze Mann schön. Kommt den jetzt auf einmal hin. Okay. So, wir müssen ja auch in der Hinrichtung noch unterbrechen. also. Keine Ahnung, wo wir die finden. Aber ich denke mal, es wird random irgendwo auftauchen. Bei ihnen dann war das doch, was ich sagen wollte. So. Explorer. Freund der Sonne. Wer seid ihr jetzt? Okay. Wollen wir eigentlich hier schon hoch? Nee. Schade. Die Verstärkung ist eigentlich schon da, die wir gerufen haben. Ne. Fragen über Fragen. Wir müssen ja komplett immer von vorne anfangen, ja. Verstärkung unterwegs. Diesmal sterben und nicht legen. Dann Ultimation hast du den Was kann man auch noch geot? Ich bin doch noch ganz gut. Are wir alles fangen an? Drei Empkreffen. Dann haben wir die Zeit, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Die sind die. Ja, die sind die. Das ist so die Frage wie die jetzt. Heilung! 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 Hey! Komm, Komm, Komm! Komm, Komm! Hey, Agent! Ihr wartet ein Projekt auf die Fertigstellung. Ja. Sich näher an Feinde erkannt. Wir sehen seltsam nichts. Warten wir lieber bis zu kommen. Wir sehen seltsam nichts. Warten wir lieber bis zu kommen. Wann nicht? Wir haben es geschafft. Und? Habt ihr ein paar Löcher zu viel? So. Müssen wir das hier nochmal machen? Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Und zum Nachschubraum. Und zum Nachschubraum. Und zum Nachschubraum. Oh, komm, 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 komm. Wir sind jetzt hier auf dem Raumraum. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ah, da. Ah, da! Wir kriegen mal die MK16 nicht für die MK17. Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. Okay. Gut. Ähm. So wie ich das verstanden habe. Die... Hier dieser Zwischen... Posten. Der wird wieder von denen eingenommen, ne? Kann das sein? Hast du das richtig verstanden? Ich hoffe, sie legen noch mehr von den Schweinen um. Hab ich so in Erinnerung. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Okay. Was haben wir denn hier noch? Dann machen wir jetzt... Das. Und wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Sehe ich gerade. Sorry, aber dann machen wir heute Schluss. Weil die letzte Folge war ja so extrem lange schon. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss bis demnächst. Bye bye und tschau tschau.